Hallo Leute, willkommen bei Let's Play Portal 2 Teil 6, der Sturz. Ich bin eine Kartoffel. Kladus, wo bist du? Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlegt, den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt wir kommen weiter. Mit entsetzlicher Geschwindigkeit. Aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben. Du musst nur auf dem anderen Fuß warten. Hehehe. Äh, ich könnte versuchen dich zu packen, Kladus, aber kann ich nicht. Au, au. Ja. Ladebildschirm! Kommt jetzt Kapitel 7. Der... Aufprall. Das war Skype! So, wo bin ich denn hier? Hey, da hat jemand Kladus mitgenommen. Okay, ich hab meine Gun noch. Na dann auf, auf! Ich bin raus, oder? Aus der Nummer. Ja, da kann ich Portale setzen. Hm. Da auch. So. Hepp. Ich komm langsam vorwärts. Machen wir gleich da hinzeln und da hinzeln. So. Bin ich hier oben. Wo ist das nächste... Das nächste Portal-Ding? Gar nicht. Ne? Sprich mal runter. Na na na. Hm. Ja, doch. Das sieht aus, als ob da so eine Art Weg für mich wäre. Ja. Kommt dann, man. Testing Area. Keep out. Okay. Nice. An sich vergrößern. Äh. Nur wofür? Ah. Da oben. Ui. Und schon sind wir ganz weit oben. Guck mal. Okay. Portal. Und... Wo geh mal hin? Naja, gucken wir mal. Ja, da geh mal hin. Ah, jetzt sind wir hier durch. Gut. Do not enter. Keep out. Keep out. Keep out. Keep out. Keep out. Jetzt hätte ich keine Sprinten-Taste. Wann leuchtest du gelb und wann leuchtest du blau? In das letzte Portal. Die Farbe des letzten Portals, was ich geschossen hab, oder was? Werden wir gleich herausfinden. Ihr achtet jetzt mal drauf, was passiert, wenn ich jetzt in diese Portal setze. Äh, was? Gut. Tür auf. Wow. Wo bin ich denn hier? Die Tür. Ja, meine Riesentür. Ja, meine Riesentür. So. Äh. Jetzt hab ich natürlich nicht aufgepasst. Drei. Zwei. Ah, okay. Ja, genau. Gut. Nach der letzten Farbe. Jetzt tue ich da mal das Blaue hin. Okay. Ähm. Gehen wir nochmal hoch. Machen wir da. Das Orange hin. Das heißt, ich kann jetzt praktisch. Mal schauen, wie viel Zeit hab ich hier vier. Okay. Also. Override. Sehr schön. Das war lustig. Geht jetzt mal die Tür auf? Geht die Tür auf? Boah, ist die riesig. Lasst mich rein! Lasst mich rein! Lasst mich rein! Mann! So, blaues Licht sieht viel schöner aus für die Portalgerunde. Hä? Raus hier! So, nächste Tür! Und... Oh, wir sind schon wieder in so eine Area. Sieht hier ganz schön kaputt aus dafür, dass wir eigentlich noch in Aperture Science Laboratories sind. Was fällt denn hier runter? Okay. Okay. Jetzt... Bin ich wieder mal verwirrt. Ich hab's mal wieder geschafft, mich zu verwirren. Ähm. Vielleicht muss ich... nach da vorne? Ah! Gibt's da was? Nein! Muss ich da rüber, oder? Hm. Hm. Die Tür bringt mir nichts. Verwärmend. Ein bisschen. Ja, kürzen wir mal ein bisschen ab. Schau mal, ob der von hier irgendwo... Hm. Ich weiß auch nicht wirklich, wo ich hin muss. Muss ich zu meiner Schande gestehen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht tue ich... Die Tür? Geht nicht. Die Tür? Auch nicht. Das bringt auch nichts auf die Kugel zu ballern. Pff. Ach Gott. Da geht's ja weiter. Hm. Dreimal dran vorbeigelaufen. Super. Geht nicht. Welche Begleiterung. Aperture Science. Astronauten und Kriegselden Olympiaterseger. Wir wollen nur die Westen und Baroms dagegen. Also, wer ist der Borscht zur Verfügung? Aber ja. Ah! Ihr habt euch auf der Party erst schon kennengelernt. Erlaubt euch euch nicht kurz vorstellen. Ich bin Kate Johnson. Ihr Geertifahrer. Die nette Stelle von bei Inder Carolin, meine Assistentin. Sie hat euer Honorarbeherz und eine gemeinnützige Organisation eurer Wahlgeber liebt. Juhu! Sie ist das Rückgang dieser Firma und wird schon obendrein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. So, jetzt bin ich hier oben. Ja, okay. Da vielleicht lang. Ja, okay. Äh, wie komm ich denn jetzt hier runter? Gar nicht, oder? Duck Jump? Hä? Ah, hier. Ach, puh. Na, verdammt. So. Da geht's nicht lang. Aber ich könnte eins da und eins da. Und dann... Oha, durch den Ring! Hey! Aperture! Cave Johns! Ja! 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 Das ist toll! So, ähm! Ich bin hier oben! Portal Irgendein Portal Wo ich hinkomme Also jetzt ist er ganz wieder runter Das kann es auch nicht sein Eigentlich muss ich da durchkommen Irgendwie Noooos Scheiben Wow Kann doch n... Okay Nicht so schlimm Auf ein neues So Ann Hier wollte ich hoch Wenn du dich schneidest und dir auffällt Dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt Ist das völlig normal Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt Der Blut in Benzin umbattelt Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert Hä? Soll ich mich da jetzt rüberschießen? Ach ne Vielleicht da hin So Ne Hier ist ganz oben Scheiße Scheiße Also hier kann ich runter springen aber Ich kann irgendwo ein Portal aufmachen Aber das bringt mir nicht viel Ne Nicht wirklich Sooo Bin ich hier richtig? Überhaupt Naja Ich glaub das bringt gar nichts Vielleicht da drüben Naja Gehen wir mal und gucken nach Kostet ja keine Zeit Sollte Zeit haben wir ja genug eigentlich Ähm Da hinzukommen wieder ganz nice So Okay Setzen wir das Portal da Dass ich jumpen kann Das Blaue Hä? Ehrlich gesagt Sehe ich gerade Nicht die geringste Möglichkeit Irgendwas zu erreichen Ah cool Ich komm auch gar nicht mehr runter Gut zu wissen Na ja dann war der Weg zumindest richtig Dann testen wir mal alle Türen Für die Dauer des nächsten Tests Richten wir an Superleiter eine voller Kraft ab Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst Sag ein Mitarbeiter Bescheid Denn höchst wahrscheinlich Wenn du dich schneidest Und dir auffällt Dass jetzt Benzin in deinen Armen fließt Ist das völlig normal Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt Der Blut in Benzin umwandelt Es bedeutet also nur Dass der Laser funktioniert Hä? Was auch immer Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Jaja Gut bin ich tot Hä? Hell yeah Wo soll's denn da lang gehen? Wo soll's denn da nur lang gehen? Also ich denke ja eigentlich Dass die Lösung da drüben liegt Da ist nämlich ne Tür Aber Ist auch ne Tür die man aufmachen kann Dafür muss ich da lang Also denke ich muss ich eigentlich schon einen Sprung machen Aber ich bin mir nicht ganz sicher von wo aus Na gut laufen wir aber mal Oh Idee Gibt's da unten ne Platz Oh Idee Ja Cool Yeah Geschafft Wup wup Hui Pumpstation Gut 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 Ich mach mir erstmal oben oben Wenigstens kann ich jetzt überall Portale hier eigentlich jagen Okay Okay oben Okay oben So jetzt bin ich da drauf Hepp Hepp Ne bringt nicht viel Hepp So jetzt bin ich unten Ich muss hier was holen Ich muss hier was holen Gel flow Ne Geht jetzt auch nix Okay 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 Muss ich da hoch Ah da muss ich hoch Okay Guck gut da geht's lang Ja inzwischen häng ich schon ein bisschen Brauch ich immer ein Minütchen bis ich check wo es eigentlich lang geht Mir waren die Testkammern irgendwie lieber da wusste ich wo ich hin muss Das heißt Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen Jaaa ein Lift Hup Wir brauchen niemanden der unser Sentier hält